Musik Zahlreiche Scheichtümer der Emirate bieten ihren Urlaubsgästen optimale Bedingungen für einen Badeurlaub. Musik Nördlich von Dubai befindet sich das Scheichtum Ras Al Khaimah, dessen goldgelbe Sandstrände und moderne Hotelanlagen immer mehr Urlauber anziehen. Musik Bei einem Stadtbummel durch die City werden Urlaubsgäste schnell feststellen, da sich diese Regionen im Norden der Emirate ebenfalls rasant entwickeln und moderne Stadtzentren nach westlichem Vorbild errichtet wurden. Musik Auch südlich des Scheichtums Dubai entstanden am Küstenabschnitt in Richtung Abu Dhabi. Zahlreiche Luxusressorts mit höchstem Sterneglanz. Diese bieten eine ideale Ausgangsbasis für Ausflüge in beide Scheichtümer. Einen optimalen Platz für einen Bade- oder Golfurlaub. Musik Oder den Einstieg für einen Rundflug über die Küstenlandschaft und die Stadt Dubai mit einem Wasserflugzeug. Musik Die Metropole Dubai aus der Perspektive eines Vogels sehen zu können, ist ein besonderes Reiseerlebnis. Musik Die Fluggäste gleiten entlang der Küste über die spektakulären Inselprojekte. The World und The Palm Jumara mit ihren prägnanten Formen. Musik Dem grandiosen Überblick über die Villen und Luxushotels auf der Palmeninsel folgt ein schöner Anblick des Bursch Al Arab aus der Höhe. Musik Die weltbekannten Luxushotels liegen einem zu Füßen und bieten außergewöhnliche Fotos. Entlang der Skyline schwebt das Flugzeug vorbei am höchsten Bauwerk der Welt und fliegt direkt über die rasant wachsenden Stadtgebiete mit ihren zahlreichen Wolkenkratzern. Die Panoramasicht aus der Höhe ist unbeschreiblich eindrucksvoll. Musik Auf diesem Flug bekommt jeder Passagier eine präzise Vorstellung, was in Dubai in wenigen Jahrzehnten auf dem kargen Wüstenboden errichtet und wie modern die Infrastruktur ausgebaut wurde. Musik 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 Wenn der Flieger wieder die Marina erreicht hat, sind die Fluggäste um unvergessliche Impressionen reicher und schwärmen von ihrem Reiserlebnis hoch über den Inseln, Stränden und Wolkenkratzern von Dubai City. Die Vereinigten Arabischen Emirate bieten als Urlaubsland eine vielfältige Mischung aus Angeboten für einen erholsamen Badeurlaub, ein erlebnisreiches Wüstenabenteuer oder eine faszinierende Stadterkundungstour durch die Glitzermetropole Dubai. Erleben Sie eine bezaubernde Urlaubsperle am Persischen Golf, die vielen Besuchern bei der Abreise wie ein modernes Märchen aus dem Orient in Erinnerung bleiben wird. Untertitelung des ZDF für funk, 2017